Hallo und Willkommen zu meinem Video über den Binären Options Broker 99 Binary. In diesem Video werde ich Ihnen erstmal zeigen, warum ich diesen Broker sehr gerne habe und wo die Vorteile dieses Brokers liegen und vor allem, wie Sie bis zu 5 risikofreie Trades bis zu 200 Dollar zu recht vernünftigen Bedingungen erhalten können. Zu diesen Bedingungen für die risikofreien Trades gehört einmal ein Handelsvolumen von 15 Mal dem ersetzten Betrag. Außerdem ist die Höhe der Trades von Ihrer Einzahlung abhängig. So erhalten Sie 5 Trades ab 50 Euro für eine Einzahlung bis 500 Euro und 5 Trades ab 200 Euro bei einer Einzahlung von über 500 Euro. Einzahlungen über 500 Euro können auch mehrmals getätigt werden, um die Trades nochmals zu erhalten. Okay, schauen wir uns erstmal an, was diesen Broker von anderen Brokern unterscheidet. Zu allererst ist eine sehr geringe Einzahlungsgrenze von 99 Euro und ein sehr geringer Handelsbetrag von 5 Euro. Das heißt, man kann schon mit 100 Euro rechtssicher mit 5% seines Kapitals handeln. Die Plattform ist sehr stabil und übersichtlich. Gefällt mir recht gut, die werde ich Ihnen auch gleich nochmal zeigen. 99 Binary bietet die normalen High-Low-Options, Touch-Option, 60 Sekunden und Range, die habe ich hier vergessen, an. Bietet auf jeden Wert eigentlich 81% Gewinn und 5% Return, wenn man verliert. Hat sehr viele Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten. Und hat einen sehr guten Support auf Englisch und Deutsch. So, werfen wir nun einen kurzen Blick auf die Plattform. So, wir haben hier jetzt erstmal die Währungspaare. Wie man sieht, sind das schon einige. Hier sind die verschiedenen Optionen zu Arten. Hier haben wir unsere laufenden Trades. Hier haben wir die Trades der letzten 24 Stunden. Und hier haben wir die restlichen vergangenen Trades. Die letzten Zeit. So, kommen wir nun zu den 5 risikofreien Trades. Okay, um dieses Angebot für sich zu nutzen, besuchen Sie einfach den Link in der Beschreibung dieses Videos. Eröffnen dann ein kostenloses Konto. Zahlen mindestens 100 Euro ein. Und beginnen zu handeln. Nach den ersten 5 Positionen sollten Sie eine Pause machen und einen Tag warten. Und die verlorenen Positionen sollten spätestens am nächsten Tag wieder gut geschrieben werden bei Ihnen. Alle Gewinne können Sie natürlich behalten. Sollten Sie auf der Suche nach einer guten Strategie zum Handeln binäre Optionen sein, empfehle ich Ihnen meine Webseite, die Sie auch unten in der Beschreibung finden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.